Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Live in the Woods. Hier der schnabulierte Gras so. Mhh, lecker... Ich wollte gerade sagen, ich bin erstmal am Fressen. Lecker Aubergine. Aubergine. Ja, dein Lieblingsgemüse, ne? Hab ich gehört. Jaja, ich lieb Aubergine. Ich esse jeden Tag Aubergine. Nur. Auch so schön roh einfach wegsnecken, weißt du? Ich bin eine Aubergine. Auch die Farbe kommt dem ganzen Namen. Ja, total. Wenn ich hier die Treppe runterkomme, ne, in dem Gang, den wir jetzt da haben, dann ist irgendwie die Decke so beengend. Ja, ich weiß, aber so ist es ja manchmal, wenn man in den Keller geht. Wenn die halt nicht so ist, nicht so wie sie hier ist, dann ist sie eins zu hoch und würde oben mit den Fenstern kollidieren. Was hältst du denn von Slabs? Was? Was sind denn Slabs? Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Oh. Das war gefährlich. Oh, ich bin direkt mal am Fass. Ja. Bei dir in der Nähe ist immer gefährlich. Was ist das? Eiche, ne? Ja. Haben wir da schon Slabs? Oh, jede Menge. Ja, jede Menge. Ne, das ist keine Eiche. Das ist, äh. Das ist das Richtige. Nein, nein, das ist hier nebendran. Spruce. Ach, Tatsache, du hast recht. Äh, verdammt. Haben wir noch keine Slabs davon, meinst du? Doch, haben wir. Okay. Müssen wir nur vorsichtig sein, weil man auf die Slabs von oben jetzt nicht mehr so gut drauf bauen kann, ne? Da ist irgendwas immer komisch. Ein paar Sachen kann man da irgendwie nicht drauf bauen, aber passt schon. Ah ja, weil da halt ein halber Block fehlt, aber wir haben es ja nach oben gebaut und... Ja, aber trotzdem ist das so... Ich weiß nicht. Das ist manchmal ein bisschen buggy, habe ich ausgefühlen. Hat's bei dir gerade gemut? Was? Gemut? Nee. Es ist dann gerade so, als hätt's bei dir gemut. Nee. Gab's Fans dazu? Nee, kann keine Kuh von draußen gewesen sein. Was war das? Wieso habe ich ne Avocado? Hä? Wo kommt die denn her? Aber du hast eine gefunden. Auf unserer Tour. Hast du doch ne Avocado gefunden. Aber ich hatte sie doch bis gerade nicht im Inventar. Hä? Das kann aber nicht sein. Ja, ich habe eben alles aufgeräumt und ausgemistet, ja. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Das ist sehr komisch, ja. Saki, ist irgendwie auf dem Server? Der gönnt uns ab und zu mal ein bisschen... Ja, das kann ich mir das nicht erklären. Was habe ich denn hier überhaupt für einen Stein jetzt? Andi sieht, der war da... Ja. Boah, mittlerweile weiß ich sogar ungefähr, wo was einsortiert ist. Na, ich noch nicht. Ah, ich könnte noch einen Drawer holen und schon mal da hinstellen. Ah, ich muss hier dein Japanglas-Bunst einmal kaputt machen. Nein! Ja, warum? Aber ich warte erst, bis du hier bist, damit du's sehen kannst. Danke. Damit ich auch dein endgültiges Go hab. Äh, hier. Damit hier noch, genauso wie da, einer von den Balken hin kann, damit ich hier wieder so eine Stütze machen kann. Ich verstehe. Dann kommt hier aber wieder so ein, äh, so ein Holzbalken komplett, gell? Ja, so wie da hinten halt auch. Au, au, ah. Oh ja, das hat ja auch böse angehört. Das hat weh, hm. Na, ich geh mal ein bisschen Holz noch davon klar machen. Davon werden ja auf jeden Fall noch was brauchen. Hm. Mhm. Mhm. Und dann muss ich gleich mal einen Zaun machen und weiter Felder basteln, oder? Ja. Ich könnte auch einen Zaun machen. Ja, wenn du Bock hast. Aber ich könnte erst mal ein bisschen, wir haben noch Büsche oben, die kann ich noch anpflanzen. Ja, um sowas hab ich mich eben nicht gekümmert, das war mir dann doch so viel. Ja, die baue ich mal alle noch an. Vor allem sind die Büsche ja eher dein Gebiet. Was denn? Ja, die Büsche, die hab ich alle gepflanzt. Ja, eben. Äh, der Orangen-Orange-Berry-Busch. Hier haben wir nur, da haben wir nur zwei Stück. Da hab ich grad überlegt, wo wir die hinmachen. Oh. Hier sind ja die... Sieht bestimmt gut aus, oder? Ja, das sind orangene Bären, ne? Ja, bestimmt. Ich fänd das vielleicht ganz unten bei den Erdbeeren da im Gang in der Nähe ganz gut. Da hau ich die auch hin. Da ist noch Blumen. Blumen kommt da hin. So, dann haben wir hier noch Blueberry. Oh komm, ich mach das hier so ein bisschen strukturiert. Also, ansatzweise strukturiert. Ja. Da muss das noch eins rein. Ah. So. Da haben wir noch Gooseberry für den Boden. Perfekt. Das schaut doch super aus. Was? Ja. Äh, wo war denn jetzt das Haus, Adda? So. Dann gehst du hier hoch. Bist von Bärenbüschel umgeben. Ja. Oh. Nein, der war falsch. Ja. Wir müssen hier dann irgendwann nochmal die Büsche weghauen, damit wir einen Weg haben. Äh. Zur anderen Seite noch. Weil im Moment geht der Weg ja nur in den Garten, aber... Ich mein... Ah, das sieht ja cool aus, neben der Treppe hier. Gell. Hab ich auch. Ja, aber... Ich hab... Ich hatte vor, da vielleicht noch so Marmorslaps hinzumachen. Weißt du? So als, äh... Wie heißt das? Keine Ahnung. Wie heißt das? Geländer? Gänzung? Achso. Ja. Also, so ganz flach. Aber lass erstmal so. Ist cool. Das dauert ja eh noch alles. Okay. Wollten wir die Marmorsachen, also zumindest den Weg nicht noch austauschen, weil das so glatt aussah? Ja, gegen irgendwas mit Pflastersteinen, ne? Ja, ich guck mal. Vielleicht... Ah, jetzt komm ich gar nicht mehr hier rein. Boah, ne Grille! Boah! Auf unserem Feld. Die direkt bei unserem... Ja? Oh nein. Ja, da muss echt ein Zaun drum. Muss ich gleich mal machen. Ah, Cobblestone. Könnten wir vorstellen, dass der rote Granit Cobblestone ganz cool aussieht. Oh ja. Ja. Ich nehm davon mal mit und ansonsten Riolit kann ich mir auch hier gut vorstellen. Ich nehm mal beides mit. Guck das jetzt mal. Mach das, mein Kind. So. Hab ich auch Erde? Ich hab grad hier so Fluch der Karibik, Mucke. Was hörst du denn für Playlists? Anscheinend nicht dieselbe wie du. Puh, der Karibik hab ich nicht reingepackt. Das klingt voll so. Aber ist es halt dann wahrscheinlich nicht. Aber es klingt gut. Guck mal, den find ich echt cool. Hier als Weg. Warte. Muss grad zielen. So, warte, ich komme. Oh ja. Gell. Ja. Auf jeden Fall. Aber dann musst du hier den einen Stachelbeeren-Busch eigentlich noch wegmachen. Ich hab gedacht, vielleicht damit es nicht so clean aussieht, könnte man auch... Da noch einen hinmachen. Oder... Ja, warte. Da noch eine Erdreihe. Ja, also bis hier hin halt. Und dann halt zwischendrin dann noch so ein bisschen Erde. Also, zum Beispiel... Weil es ja hier ein bisschen ausgetretener ist. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Muss mal testen, wie das aussieht. Wenn das hier noch wächst, so ein bisschen. Das wird ja dann wieder voll Gras, ne? Und dann hier noch Büsche hin? Ja. Ja, finde ich eigentlich... Warte mal, ab. So Büsche, die nehme ich mir jetzt hier her. Ja, ich seh's schon. Ich dachte mir grad auch nur, macht sie's wirklich? Oh je, oh je. Ja. Das find ich besser. Das gefällt mir. Ja, dann lass es so. Tob dich aus. Ja. Ich kann mal regier die Ebene auch grad. Wir haben halt nicht allzu viel von denen. Noch 25. Oh ja, das wird eng nach unten auch mit den Stairs. Ja, da müssen wir irgendwann nochmal welche finden. Ah, ich glaub, die waren bei den Dinos auch. Ja? Ich glaube schon. Das wär voll praktisch. Ich hab echt keine Ahnung, wo was war. Ich hab das irgendwie so ein Gefühl. Aber bei den Dinos war halt auch echt viel. Kann sein, dass das da echt dabei war. Ja, da haben wir noch gar nicht richtig geguckt. Wir müssen eigentlich nochmal so... ...ne mindestens drei Folgen lange Exkursionen... ...zu den Dino-Felsen machen. Aber ich bin grade schon ganz froh, dass wir hier mal ein bisschen was schaffen. Ja. Aber können wir auch nur machen, weil wir vorher auf Exkursionen waren... ...und so viele verschiedene Sachen gesammelt haben. Ja. Aber wir haben auch echt tolle Sachen gefunden. Ja. Das muss man schon sagen. Aber wir haben auch grad einen guten kreativen Fluss, finde ich. Also wir sind da schon ganz gut dabei. Ja. Die Uhrzeit liegt uns. Ja. Ist ja auch erst. Also spät ist... Viertel nach zwölf. Geht noch. Geht noch. Mein Rücken sagt was anderes. Alter Mann. Ja schon. Ja schon. Ey. Überleg mal. Wir haben heute den... In elf Tagen werde ich 25. In elf Tagen werde ich 25. Ohhhh. Ja. Ja. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ja. Ich hab's eh wieder vergessen. Das war so klar. Ich hab das nicht vergessen. Ja ja ja. Ne echt nicht. Ich weiß nicht mehr wie... Knallhart auf unser Feld gefallen. Ja. Ich wollt grad sagen. Boah die blöde Kuh. Guck mal. Zwei Flächen weg. Ups. Oh. Puh. Das war knapp. Ich mach jetzt als nächstes den Zaun. Was war denn hier kaputt? Ganz ehrlich. Die ganze Zeit spawnt hier nix. Auf einmal zwei Hexen und ein Zombie, ne? Jetzt gefällts denen. Aber verrückterweise genau passend... Genau passend dazu kam grad ne richtig harte Musik hier. Oh. Bei mir war alles ganz normal. Glaube ich. Glaube ich. Vielleicht hab ich's ja auch nur so wahrgenommen. Und eigentlich ist es voll abgegangen. Ähm. Das geht schon ziemlich ab, das Lied. Also ich weiß jetzt nicht, was das für uns ist. Aber es geht gut. Womit mach ich denn hier die... Die ähm... Warum hab ich den Redstone im Winter? Hä? Vielleicht wolltest du einen Atlas machen. Aber ich hab den nie genommen. The fuck? Vielleicht von der Hexe. Vielleicht hat der ihn getroppt oder so. Okay. Was? Ähm. Woraus mach ich den Zaun? Aus den Brettern oder aus den Blöcken? Aus Blöcken und Stöcken, glaube ich. Hätte auch einfach mal gucken können, ich Idiot, ne? Ja, du hast halt gedacht, ich weiß es besser. Das ist so dumm zu fragen. Aber nee. Ja, ja. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Aber wenn ich schon dabei bin, dann mach ich hier echt mal den Atlas. Atlas. Dafür brauch ich einen Kompass. Dafür brauch ich einen Kompass. Vier Eisen und ein... Komm. Siehste, dann steht unserer nächsten Exkursion noch nichts mehr im Wege. Weil dann können wir uns nicht mehr verlaufen. Obwohl wir jetzt ganz gut zurückgefunden haben. Ja, aber das Blöde ist halt, dass wir nicht wissen, wo die geilen Sachen alle waren. Und ich wette, die waren gar nicht so weit weg. Nee, wir waren ja relativ schnell zu Hause. Ich mein, wir haben dreimal übernachtet und sind aber an einem Tag irgendwie zurückgekommen, glaub ich, ne? Ja, eben. Ja, das ging voll schnell. Ja, das ging schon. Ähm. Soll ich direkt Carpenter-Zaun machen, dass wir den vielleicht auch anpinseln können, oder so? Ja. Okay. Wird schon Sinn machen, finde ich. Ja. Oh, da brauche ich Bambus für. Oh. Aber wir haben noch Bambus mitgebracht, oder nicht den richtigen. Ah nee, Stock geht auch. Sticky skin auch. Alles cool. Ich brauche einen Book. Dafür brauche ich Papier. Papier mache ich aus Zuckerrohr. Warte. Ah nee, das wollte ich jetzt gar nicht nochmal. Okay. Irgendwie haben wir nicht mehr so viel Holz, kann das sein? Ja, dann müssen wir wieder was abholzen. Vor allem Birke ist echt mau. Ja, dann müssen wir die wieder abholzen. Ach so. So, da haben wir ein Buch. Nein, noch nicht. Wir brauchen noch ein Leder, glaube ich. Ah nee, die muss ich drin lassen. So, so. Ja, ein Buch. Und das. Und ja, mein Empty Atlas. Ja. 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 Ich fasse es nicht. Ja. Lass mal unser Zuhause einzeichnen. Ja, das ist schon wichtig. Add Marker. Und zwar. Zuhause. Haben wir zufällig in irgendeiner Kiste noch Stickys? Ähm. Hast du da im Rucksack noch welche? Ich habe noch ein paar. Ich kann dir welche geben. Ah, im Rucksack nicht. Filmt hast recht. Okay. Ach ja, ein Marble habe ich jetzt natürlich dabei. Sagte er und hatte fünf im Rucksack. Was ist denn da los? Soll ich dir doch welche geben? Nein, gar nicht. Ich mache welche. Nee, nee. Alles gut. Ich habe erst noch so viel Holz hier. Das kriege ich von hinten. Dieses Marble kommt dahin. Okay. Glas. Aber Glas brauche ich eh wieder ein paar Scheiben. Ey. Oh, jetzt habe ich einen Knopf gemacht. Ach, scheiße. Och nee, jetzt haben wir schon zwei. Ja, ich weiß. Ich habe den anderen auch eben noch gesehen. Die brauchen wir echt nicht, ne? Nee, gar nicht. Also, ich wüsste jetzt auch nicht wofür. Ehrlich gesagt. Ich habe noch nie einen benutzt. Dann können wir einen als Klospülung machen oder so. Wir haben gar keinen Bart, fällt mir gerade auf. Ja, wir sind halt dreckig. Wir haben gerade keinen Bart. Oh mein Gott. Wir müssen einen Bart bauen. Frag mich langsam, wohin wir noch hier expandieren wollen. Aber wir haben ja noch nach unten und nach oben auf jeden Fall Luft. Ja, ich hätte gerne einen Bart, was weiter oben ist, glaube ich. Ja, wir können ja mal irgendwann den nächsten Durchbruch nach oben machen. Mhm. Das fände ich super. Ähm. So, hier kommt das Glas hin. Hier das andere. Zuckerrohr lege ich gleich mal wieder zurück. Ja, das, das, das Kreuz, das stört ja jetzt schon ein bisschen. Ja, ich weiß aber immer noch nicht, wie man das... Ja, ich auch nicht, also... Ich bin da der falsche Ansprechpartner für sowas. Muss ich mal googlen bei Gelegenheit vielleicht. Genau wie mit dem Hühnerbart und sowas, dass wir das mal machen können. Ja. Ich... Ich hab echt keine Ahnung. Ich hab's in meinem alten Spiel schon auch nicht weggekommen, aber da steht die, die des Kreuz auch echt, äh, gut, ne? Sieht ja aus wie so eine Statue, die da hingehört. Ja, das schon. Aber es ist halt echt nervig, wenn man da durch will. Ja. Da kommt schon heiß auf jeden Fall. Das ist ein hottest Kreuz. Oh, Mist. Ja, ich bin's gewohnt, dass ich hier immer noch runter, also rauskomme, aber ich muss jetzt hier die richtige Richtung Eingang machen. So. Jetzt ist hier auf jeden Fall mal eine Tür. Die können wir später noch austauschen, aber dann können wir die hier offen lassen. Ähm, was? Da hinten, die Tür ist jetzt zu. Das heißt, hier unten ist, äh, sichere Zone. Ach so, ja, okay. Alles klar, cool. Und den Ofen, den möchte ich auch woanders hinstellen. Vielleicht kann man den irgendwie hier drin integrieren. Das sieht jetzt noch nicht so geil aus, aber dann ist er nicht im Weg. Ein Ofen unten wäre gut, auf jeden Fall. Vielleicht kriege ich das ja so wie mit der Erde ungefähr hin. Ja, der steht in der Wand, aber der sieht nicht so cool aus. Hm? Vielleicht muss ich ihn eine Ebene höher machen, dann ist er auf der gleichen Ebene wie die Erde. Und damit ein bisschen handlicher. Ja, ist ja modern, die Öfen weiter hochzusetzen, ne? Stimmt. Das stimmt. Aber ich mach hier die Ecke, da mach ich wenigstens Eichenholz hin. Ähm. Ich mein, Birkenholz. So. Das kommt da hin, das kommt da hin. So, ich könnte mal ein paar Bäume abholzen gehen, dann haben wir wieder Holz, ne? Jawohl. Fichte wäre ganz nice. Fichte und Birken. Also, hier ist halt, ja, hier ist halt echt viel Fichte auch da hinten im Wald, deshalb muss ich das mal anlegen. Ja. Das mach ich. Hab ich noch Erde? Ja. Die mach ich mal hier hin. Ich mach grad tatsächlich ein bisschen Terraforming. Du! Ja, muss leider sein, weil sonst der Zaun immer an den Erdblöcken anpappt. Hm. Muss ich das hier mal ein bisschen beändern. Das ist ja kein Problem. Da hinten wollten wir eh noch Terraforming machen, damit es alles auf einer Ebene ist und so. Ja, das von unten mal so ein bisschen hochziehen und sowas. Boah, das wird voll der fette Sche... Oh, das wird so schön. Wenn hier vorne jetzt noch die zwei Bäume weg sind, oder drei, dann strahlt hier komplett das Licht der Sonne drauf. Genau auf die Felder. Boah. Warte, 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 die mach ich gleich weg. Ich bin ja eh grad dabei. Hahaha. Weißt du? Ja. Guck die drei, siehst du die? Meinst du die rechts ein bisschen? Die drei hier, der ganz links hier, der linkste, der mittigste und der rechte. Der linkste, der mittigste... Ja, ja. Ich bin da am linksten. Ja, ich bin da eher rechts. Ja, das dachte ich mir. Ey. Ähm. Was wollt ich denn jetzt machen? Ähm. Felder? Du wolltest die Erde abbauen, damit du... Weiter, weiter Zaun, weiter Zaun, weiter Zaun. Erde ist fertig, weiter Zaun. Ähm. Aber ich muss essen. Ja, ich könnte auch mal. Wir brauchen wieder Fleisch. Ich hab grad das letzte Fleisch gegessen, was ich hatte. Ja, ich hab auch nichts mehr. Ich bin jetzt mit Obst hier dran. Fällt mir auch ein. Was macht eigentlich unsere Kartoffel? Ja, genau. Ich wollt grad mal nach den Feldern grad gucken gehen, schnell. Weil die Hexe ja auch hier Trouble gemacht hat. Und dann... Hier die Saplings muss ich auf jeden Fall alle einsammeln. Wir wissen aber wieder in die Haie. Ja. Ach, lass das mal direkt machen, bevor wir wieder irgendwelche Viecher spawnen. Ja, stimmt. Besser ist das. Der Zaun ist ja auch noch nicht so fertig. Ähm. Dann hast du auch eine Ehre. Ich hab die Ehre, die Folge zu beenden. Yay. Beschwerber Erinnerung. Ja gut, dann vielen Dank. Ah, es klappt sogar direkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Vielen Dank, macht's gut.